Ich habe täglich auf dieser Wagen gearbeitet und ich habe das gesagt, in Russland haben wir sehr viele gute Leute, aber sie brauchen auch viel Führung und Unterstützung. Vielen Dank. 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 ... 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 Ich habe auch schon gehört, dass das neue Unternehmen wird, dass es hier auch bestimmte Pläne gibt. Wir wünschen uns Glück, die Unternehmen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen. Ich glaube, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen, die dort arbeiten, nicht nur da sind, sondern auch da sind, sondern auch da können, dass sie ein Gefühl haben für neue Produkte für neue Produkte. Autolubители России поздравляю с новым автомобилем Lada. – У вас в автопарке много машин Lada и отечественных? – У меня «Волга» есть старая, 21-я, и «Нива». – Спасибо. – Мы выбирали не по цвету, мы выбирали по коробке передач. Это коробка передач смешанная. Он может в ручном режиме работать, а может в автоматическом. Я выбрал, чтобы посмотреть, как работает то и то и другое. Работает блестяще. – Завелась первого раза? – Ну, конечно. – Спасибо.